Real Madrid ist heute in der vierten Runde der Copa del Rey bei Udemelela zu Gast. Spox verrät euch, wo ihr das Spiel der Königlichen gegen den Drittligisten verfolgen könnt. Das Hinspiel der Copa del Rey zwischen dem Drittligisten Udemelela und Real Madrid ist das erste Spiel für den neuen Realentierens-Coach Santiago Solari. Das Gastspiel der Königlichen findet am heutigen Mittwoch, 31. Oktober, im Alvarez-Claro in der spanischen Stadt Melela an der Landesgrenze zu Marokko statt. Der Ampfiff erfolgt um 19.30 Uhr. Real Madrid gegen Udemelela, Übertragung im TV- und Livestream im deutschen Free-TV ist das Hinspiel nicht zu sehen. Der Streaming-Dienst DAZN überträgt die Copa del Rey live und exklusiv. DAZN zeigt neben ausgewählten Spielen des spanischen Pokals auch Spitzenfußball aus den europäischen Top-Link, der UEFA Champions League und alle Begegnungen der UEFA Europa League. DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und kann einen Monat lang kostenfrei getestet werden. Primera-Division gegen Segunda-Division B, Real gegen Melela und Melela spielt seit acht Jahren in der dritten spanischen Liga. Dort stehen die Amateurspieler auf dem zweiten Tabellenplatz. Früher als Liga 3 spielte der Verein bisher noch nie. Real Madrid hat auf die sportliche Talfahrt reagiert und trennte sich am vergangenen Montag von seinem Trainer Juan Lupetegui. Bis ein geeigneter Nachfolger gefunden wird, übernimmt Santiago Solari den Posten als Chefcoach der Königlichen. Real Madrid – Santiago Solari soll den Umschwung schaffen Die sportliche Krise von Real Madrid gipfelte im 1-5-Desaster im Klassico gegen den FC Barcelona am vergangenen Sonntag. Überhaupt konnte Real nur eines der letzten sieben Spiele gewinnen und kassierte dabei fünf Niederlagen. In der spanischen Liga stehen die Königlichen auf Rang 9 der Primera-Division und haben bereits sieben Punkte Rückstand auf den FC Barcelona. Die letzten Spiele von Real Madrid Wettbewerb Heimgastergebnis Primera-Division FC Sevilla Real Madrid 3 zu 0 Primera-Division Real Madrid Atletico Madrid 0 zu 0 Champions League Ska Moskau Real Madrid 1 zu 0 Primera-Division Depp Alavis Real Madrid 1 zu 0 Primera-Division Real Madrid Atletico Madrid 1 zu 2 Champions League Real Madrid Victoria Pilsen 2 zu 1 Primera-Division FC Barcelona Real Madrid 5 zu 1